Die Geschichte des Schwestern Sehr mysteriös war allerdings, dass sich der Eingang inmitten einer alten Villa befindet. Diese Villa gehört einem Archäologen, welcher vor kurzer Zeit spurlos verschwunden ist. Wir nehmen an, dass es mit der Höhle zu tun hat. Leider bekam die Regierung verbieten von der Sache und verbot uns sofort den dortigen Aufenthalt. Das gesamte Gebiet um die Villa wurde unter Quarantäne gestellt. Lara, es ist mir nicht wohl dabei, dich dorthin zu schicken, aber ich hoffe mir sehr viel von diesem mysteriösen Ort. Alle weiteren Instruktionen findest du auf dem beidegenden Papier. Ah, und pass auf dich auf, John Eve. Ah, und pass auf. Ah! TUNE UNTERTITELUNG 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 D perto UNTERTITELUNG Untertitelung des ZDF, 2020 Ah! Oh! 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 Ah! Oh, 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 oh. UNTERTITELUNG 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.